Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Einwohner-Fragestunde. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen und darf alle Anwesenden auch darauf hinweisen, im Kontext der Sitzung des Stadtrates wird der Stadtratsvorsitzende auch auf die allgemeinen Hygienevorschriften eingehen, nochmal dezidiert und en Detail. Ich darf Sie heute informieren, dass Sie, sobald Sie am Platz sitzen, Sie die Mund-Nase-Bedeckung abnehmen können. Sobald Sie sich im Raum bewegen, bitte ich Sie, Sie wieder auch zu tragen. Da atmet sich es etwas besser. Ja, ich informiere Sie, dass das Thüringer Medienbildungszentrum fernsehtechnische Aufnahmen macht und diese live und auf Abruf im Internet zur Verfügung stellt. Mit dem Vortragen Ihrer Anfrage bestätigen Sie, dass Sie mit diesem Vorgehen einverstanden sind. Sollten Sie mit einer Aufzeichnung und Übertragung Ihrer Anfrage nicht einverstanden sein, darf ich Sie alternativ bitten, Ihr Anliegen schriftlich an uns, an die Verwaltung zu richten. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat sich ein Fragesteller schriftlich an uns gewendet und das war Herr Köhler. Herr Köhler, ist der Herr Köhler im Raum? Haben wir Herrn Köhler hier? Da ging es um eine Anfrage zu den Straßenbahnschienen beim Gleis Dreieck Lusan. Dann ist Herr Köhler hier, dem ist nicht so, dann bekommt Herr Köhler seine Frage schriftlich beantwortet. Aber es besteht natürlich selbstverständlich die Möglichkeit, auch jetzt noch Fragen mündlich zu stellen. Gibt es Anfragen? Wir fangen erst bei den Bürgern an, Herr Brandner, weil die sind nicht so regelmäßig hier zu Gast. Wir machen es dann der Reihenfolge. Herr Kochendörfer, bitte. Und beim Bewegen im Raum, bitte, so wie ich es gesagt hatte, tragen Sie die Mund-Nase-Bedeckung am Rednerpult. Können Sie sie dann abnehmen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe gleich ein paar Fragen, die eigentlich schon älteren Datums sind. Und zunächst freut mich das Stichwort Bürgernähe im letzten Interview des OB. Es gibt halt doch noch Zeiten, wo sich etwas zum Positiven ändern kann. Zunächst zum Radwegeplan habe ich die erste Frage, wann wird der neue Radwegeplan fertig? Oder was wird mit den Rückständen aus dem alten Radwegeplan? Da gibt es den Punkt 2.9, den ich schon mal hier angesprochen habe. Die Verkehrsverbindung Pforten-Zwölzen. Sie war für 2015 geplant. Ist sie noch vorgesehen? Und wenn ja, wann wird sie realisiert? Als nächstes wäre der Bürgersteig zwischen den beiden Unterführungen auf der Strecke Zwölzen Pforten zu nennen. Er ist schon mehrfach kritisiert worden, auch von unserem Ortsteirat. Aber er ist immer noch der Verwildung freigegeben. Es muss auch gesagt werden, dass während der Schneefallzeit, wir hatten ja im Februar eine Woche mit 40 Zentimeter Neuschnee, in der Zeit ist nichts passiert, aber ich habe etliche Fußstapfen gesehen, die dort lang gegangen sind und sich Weg geschaffen haben. Aber eine Reinigung erfolgte nicht. In der Zeit ist eigentlich hier die Straßenreinigungsordnung relevant. Das wäre interessant. Man hat mir am Telefon versichert, dass es mittlerweile einen Winterdienst geben soll. Als nächstes, warum wird zu den perspektivischen Visionen zum Ortsteil Zwölzen? Es ist ja jetzt geplant, einen Radweg nach Keimberg zu bauen. Das ist ja hervorragend. Aber es gibt ja noch die alte Bahnlinie, die seit fünf Jahren stillgelegt ist. Was wird mit diesem Gelände? Wird die Bahnbrücke bei der HEM-Tankstelle abgerissen oder was passiert damit? Der dritte Frauerkomplex betrifft die Freiwilligenagentur. Wer vergibt die Aufgaben an die Bürger, die sich freiwillig engagieren möchten? Sind das Aufgaben der Verwaltung oder darf sich der Bürger in einer Initiative etwas aussuchen? Danke für Ihre... Dankeschön für die Fragen, Herr Kochendörfer. Ich habe insgesamt fünf notiert. Wir werden sie ein bisschen thematisch zusammensortieren. Ein Teil davon betrifft ja insbesondere unser Dezernat für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt. Die Beantwortung, sofern möglich, wird der Sonntag dann übernehmen. Ansonsten würden wir das, was wir nicht beantworten können, Herr Kochendörfer, schriftlich nachgereicht. Es war die Frage 1 zum Radwegeplan. Die Frage 2 zum Bürgersteig, Zwölzen-Pforten. Und zur Straßenreinigungsordnung, die Fragestellung 4 rund um das Bahngelände Liebschwitzer Viadukt, nenne ich es mal, die große Fläche, die stillgelegt ist. Da kann ich Ihnen sagen, die Gesamtfläche ist im Eigentum der Deutschen Bahn und wir sind seit mehreren Monaten und Jahren im Kontakt mit der Bahn. Grundsätzlich ist das eine Fläche, wo die Bahn bereit wäre, gegebenenfalls diese zu veräußern. Ein Erwerb, ein möglicher, würde nur dann Sinn machen, wenn wir einen genauen Plan dafür hätten, was alles dort wie passieren kann. Klammer auf, auch unter Finanzierungsvorbehalt. Und insofern gehen Sie bitte davon aus, dass zu der Thematik inhaltlich rund um das Bahngelände wir voraussichtlich vielleicht im Jahr 2022 neue Erkenntnisse haben. Zum Thema Freiwilligenagentur sagten Sie, wir haben einerseits die Ehrenamtszentrale, andererseits haben wir den Servicepunkt Generationen. Der Servicepunkt Generation wiederum ist eine Anlaufstelle, wo Bürgerinnen und Bürger sich informieren können, wenn sie Bedarfe haben, rund um den Kontakt zur Verwaltung oder zu sonstigen Institutionen und oder Behörden. Die Ehrenamtszentrale ist das koordinierende Bindeglied für alle, die ehrenamtlich tätig sein wollen. Also das heißt, sie berät, unterstützt Vereine, koordiniert, wenn Anfragen kommen von Ehrenamtlichen, die sich engagieren wollen, thematisch nach deren Interessen und Bedarf Ansprechpartner wiederum dann im Vereinswesen. So viel zu der Fragestellung der Freiwilligen. Ansonsten Freiwillige, da komme ich nachher dann noch drauf, Freiwillige können auch Wahlhelfer sein, aber da werde ich später noch was dazu sagen. Herr Sonntag, können Sie zu den Punkten Radwegeplan, aktueller Stand Bürgersteig, Sözen, Pforten und Straßenreinigungsordnung noch aktuelle Ergänzungen machen? Teilweise, ja, zu den ersten Punkten. Sehr geehrter Herr Kochendorfer, wir sind in der Verwaltung, also vor allem im Bau, der zutendlich für das Radwegekonzept. Das ist schon oft Thema gewesen im Stadtrat, beziehungsweise auch den Ausschüssen, wie weit das ist. Wir sind mehrfach behandelt worden. Wir müssen gestehen, dass wir das ohne fremde Hilfe eines Planungsbüros in der Verwaltung nicht stemmen können, aufgrund der vielen Aufgaben und vor allem auch der personellen Situation. Aber wir haben jetzt diesen Jahr einen Fördermittelantrag gestellt für Fördermittel für dieses Konzept. Wir erwarten eigentlich noch in diesem Monat eine Aussage des Landesamtes für Bau und Verkehr, dass wir mit Fördermitteln rechnen dürfen und würden dann unmittelbar, wenn wir hier einen sogenannten Förderunschadensformsbeginn vorweisen können, dann auch mit der Beauftragung loslegen, sodass also im zweiten Halbjahr begonnen wird mit diesem Radwegekonzept. Und dann werden natürlich auch die Maßnahmen, die Sie schon erwähnt haben, nochmal neu bewertet, nochmal reingenommen. Aber natürlich geht es auch um ein gesamtstädtisches Konzept, was auch die aktuellsten Entwicklungen mit berücksichtigt. Auch in sichtlich E-Mobilität, vor allem E-Bikes und dergleichen. Das ist ja ein Punkt, der jetzt ganz anders zu bewerten ist. Und wir hoffen, dass wir dann im ersten Quartal bzw. erstes Halbjahr 2022 ein Konzept vorliegen haben. Ist natürlich auch vorgesehen, gibt es auch die entsprechenden Beschlusslagen des Stadtrates, dass ja öffentliche Veranstaltungen stattfinden dazu. Und da sind wir also dann in der Lage, hoffentlich bald mit diesem Konzept zu beginnen. Ja, inhaltlich können Sie sich dann natürlich gerne mit einbringen, aber Ihre Anliegen oder so, ist ja schon länger bei der Verwaltung auch bekannt. Zum Punkt Bürgersteig, gerade dort in dem Bereich, wo die Bahnübergänge sind, das kann ich nur mitnehmen. Natürlich war das mit diesem Neuschnee in der sehr kurzen Zeit auch eine Herausforderung für den Winterdienst, ganz klar. Nicht alles, das was notwendig gewesen wäre, ist geschafft worden, vor allem, weil es ja immer weiter geschneit hat. Aber ich nehme das nochmal mit, inwieweit das im Plan mit drin ist, dass auch dieser Gehweg gereinigt wird von Schnee, nicht nur das Thema, nicht nur die Straßen. Zum Thema Reinigung, auch diese, was Sie gesagt haben, dieser Verunkrautung dort, da gehen wir nach. Ich nehme das nochmal mit ans Fachamt und würde Ihnen dann natürlich auch Bescheid geben. Soweit meine Ergänzung. Danke. Gab es jetzt eine Nachfrage noch, Herr Kochendörfer, dazu? Gibt es denn eine Verantwortlichkeit für den Bürgersteig? Ist das im Verantwortungsbereich der Stadt oder ist das im privaten Verantwortungsbereich? Das ist eigentlich das Grundprinzip. Und dann habe ich auch noch eine Befrage zu... Herr Kochendörfer, stopp mal, dass es ja auch andere gerne gibt, die vielleicht Ihre Frage an der anderen Seite des Raumes hören möchten. Wenn Sie vielleicht dann wenigstens wieder untertragen der Mund-Nase-Bedeckung, wie es für alle üblich ist, dann Ihre Frage am Mikrofon artikulieren, dann haben alle was davon. Also, Sie haben selbst beantwortet die Frage nach der stillgelegten Strecke. Ja. Und mir fehlt eigentlich noch eine Aussage, wann wird denn überhaupt was geplant? Ich habe Ihren Worten entnommen, erst wird gekauft und dann geplant. Kann das nicht umgekehrt sein? Dann haben Sie es leider falsch verstanden, Herr Kochendörfer. Ich habe gesagt, dass wir uns frühestens im nächsten Jahr, also im Jahr 2022, dazu verständigen können. Vorausgesetzt, es ist ein Konzept und ein Inhalt zur Nutzung da. Aber eins kann ich Ihnen mit auf den Weg geben, die Verwaltung beschäftigt sich mit dem Thema. Und dann noch die Frage nach den Bürgersteigen. Also der Bürgersteig ist kommunal, wie auch die Straße kommunal ist. Inwieweit dort nach Satzung das übertragen ist, dort ist ja ein Grundstück im sogenannten Außenbereich, an die Anlieger, das muss ich forschen, das kann ich Ihnen jetzt ad hoc nicht sagen, müsste ich dann auch nachliefern. Ich bitte um Verzeihung dafür. Gut. Aber die Kontaktdaten, Herr Kochendörfer, von Ihnen sind ja der Verwaltung bekannt. Und dann kann das nachgeliefert werden. Dann haben wir jetzt die nächste Wortmeldung. Das war Mitglied des Stadtrats, Herr Brandner, der... Bitte. Bitte. Ich würde es der Reihenfolge nach machen. Ich hatte schon Herrn Brandner, der ganz wild gewedelt hat. Und der ist ja nicht nur Mitglied des Stadtrats, sondern wahrscheinlich als Bürger wird er jetzt eine Frage stellen, weil es ist die Einwohnerfragestunde. Wir machen es der Reihe nach. Also ich hatte es gesehen, der Reihe nach war Herr Kochendörfer und jetzt Einwohner, Herr Brandner. Herr Brandner, bitte, Ihre Einwohnerfrage. Das haben Sie richtig festgestellt. Ich bin ja nicht nur Stadtrat oder Mitglied des Stadtrats, wie man das ja richtig formuliert, sondern auch Bewohner dieser oder Einwohner dieser Stadt. Ich habe nur eine einzige Frage, die richtet sich an den Oberbürgermeister, und zwar hinsichtlich seiner Halbzeitbilanz. Da ist in der OTZ vom 1. Juli 2021 ein Interview gegeben worden. Und ich hatte da eine Frage, ist da für mich noch offener. Werden Sie gefragt, Herr Vonhab, hätten Sie noch mehr schaffen wollen in der Vergangenheit? Also das war ja die Halbzeitbilanz, drei Jahre. Und dann antworten Sie, Zitat, noch mehr, nein. Ich habe so viel auf den Weg gebracht und umgesetzt, dass ich ein hohes Maß an Zufriedenheit erreicht habe. Das ist schön. Und jetzt kommt der Satz, wo ich gerne nachfrage. Ich darf die Verwaltung und den Stadtrat nicht überfordern. Das hat für mich jetzt so den Eindruck erweckt, als dass Sie mehr hätten machen wollen, aber Sie wären gebremst worden durch den Stadtrat oder nicht durch die Verwaltung. Deshalb meine konkrete Frage. Welche Ihrer konkreten Projekte sind daran gescheitert, dass Sie Stadtrat und Verwaltung nicht überfordern wollen? Das ist eine in der Tat spannende Frage, Herr Brandner. Die Ausführungen dazu, die zu beantworten, würde jetzt aber den Rahmen der Einwohner-Fragestunde sprengen, sodass ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte, dass ich das schon insbesondere zu einzelnen Themen, die ich mir vorgenommen hatte und wir hatten jetzt ein Jahr lang in der gesamten Verwaltung in der Tat wirklich andere Prioritäten zu setzen, dass schon noch das ein oder andere Thema auf meiner geistigen Agenda war und nach wie vor ist und zu gegebener Zeit komme ich dann auch auf Sie zu. Aber jetzt machen wir dann die Frage. Bitteschön, kommen Sie nach vorne ans Mikrofon. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, ich fange mit den Einfachsten an. Und zwar, ich wohne in der Reichsstraße. Dort ist es im Parkplatz. Und soweit ich weiß, sind auch die Parkgebühren erhoben worden. Aber ich weiß nicht, ob der Parkplatz laut Gesetz im Papierkorb hingehört. Und ich muss sagen, ich wohne bei der Glückauf. Die Glückauf hat ja dort alles neu saniert und alles wunderschön gemacht. Aber der Parkplatz, wenn der Wind geht und der Dreck, Essensreste, Flaschen, alles fliegt da rum und das fliegt dann über die Straße, den Gewicht. Da ist ja die Stadt verantwortlich. Und wenn der Wind sehr geht, sogar bis an die Häuser dort. Und ich finde, das ist nicht gut für unsere Stadt. Also im Papierkorb müsste da hin. Und genauso müsste ein Papierkorb hin vor unserem Stadtservice. Also wenn sie, ich hatte die Gelegenheit, dass ich außerhalb mal mit dem Bus fahren musste. Und da konnte ich sehen, an der Bushaltestelle Heinrichstraße, früh um neun, stehen ja immer viele Bürger da. Und wenn dann aufgeschlossen wird, da fliegen alle Kippen runter. Und ein Papierkorb ist dort nicht. Nichts, aber schöner Designer-Papierkorb innen drin zur Papierablage für die Damen, die dort beschäftigt sind. Das finde ich ebenfalls nicht in Ordnung. Das war meine erste Frage. Die zweite Frage ist für mich ein bisschen komplizierter. Es wurde ja in der Zeitung berichtet über unser Hartenpower-Paus. Und der letzte Artikel war, glaube ich, von Herrn Klein. Mich würde interessieren, ob der Stadtrat die Genehmigung gegeben hat für die 5,8 Millionen Euro. Das weiß ich nicht, das würde ich gerne wissen. Persönlich bin ich der Auffassung, dass zum jetzigen Zeitpunkt die 5,8 Millionen Euro also in keiner Weise verbaut werden sollten, sondern das sollte eben, wenn die Stadt genügend Mittel hat. Und wir sind ja eine arme Stadt. Und das macht sich ja auch bemerkbar an der Kaufkraft unserer Bevölkerung. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Stadtrat hier beschlossen hat, für die Hänser entgegenzukommen aufgrund der Pandemie. Aber ich bin auch der Auffassung, wenn man das macht, ist richtig, wenn man das macht, dann sollte man alle Bürger Geras einbeziehen, weil die Pandemie hat ja alle betroffen, mehr oder weniger. Und da kann man, Herr Oberbürgermeister, auch für die Bevölkerung einen kleinen Lichtblick geben, indem man sagt, wir setzen mal die Grundsteuer und Grunderwerbssteuer etwas runter, etwas, dass auch ein Signal ausgeht an die gesamte Bevölkerung. Nicht nur an die Wirtschaft und nicht nur an die Gewerbetreibung. Und dann wollte ich auch noch mal fragen, ob wo der Käufer für das Hortenkaufhaus 2014 von der Stadt das erhoben hat, erworben hat, ob da ein Konzept vorlag überhaupt. Und wenn kein Konzept vorliegt, dann kann man es auch nicht verkaufen. Das ist meine Meinung. Und da wollte ich überhaupt auch mal fragen, ob überhaupt schon Konzepte vorliegen für das Haus. Nach meiner Auffassung ist das Haus viel zu teuer. Und wenn man das macht, dann muss das für die Bevölkerung von GERA insgesamt anziehend sein. Also ein Projekt schaffen, was super ist. Also zum Beispiel kenne ich... Verzeihung, das ist eine Einwohner-Fragestunde. Und wenn Sie noch eine Frage... Ich habe schon drei notiert. Wenn Sie noch eine Frage haben, würde ich Sie jetzt bitten, die auch langsam zu formulieren. Dann können wir auch in die Beantwortung kommen. Haben Sie noch eine Frage? Ja, ich hätte noch eine Frage. Dann bitte formulieren Sie Ihre Frage. Und zwar wollte ich mal wissen, ob der Stadtrat hat das, das habe ich schon mal angesprochen, zu einer Versammlung, zu den Garagenkomplexen, wie weit man da vorangekommen ist. Nach meiner Auffassung kann man nicht mit zweierlei Maß messen. Und das sollte mal geprüft werden. Gut. Das waren die Fragen. Also da könnte ich dann auch noch mal vielleicht einen Hinweis an Herrn Sonntag geben zu der letzten Frage. Das ist gut. Da kümmern wir uns gleich drum. Also erst mal ganz herzlichen Dank für Ihre Fragestellung. Ich habe mir drei größere Komplexe notiert. Das erste war die Frage in der Reichsstraße nach einem Parkplatz. Ich bin die Reichsstraße jetzt mal, während Sie gesprochen haben, gedanklich durchgegangen und habe mir überlegt, ob wir hier irgendwo einen städtischen Parkplatz haben. Aber mir ist jetzt ehrlich gesagt spontan keiner eingefallen, sondern das müssten meines Erachtens alles Privatgelände sein, die dort die Parkplätze haben. Haben wir als Stadt einen öffentlichen Parkplatz in der Reichsstraße? Aber einen Parkplatz im Sinne von Parkplatz. Also mir ist keine Ahnung. Ich habe gleich eine Lösung. Ich habe gleich eine Lösung für Sie. Keine Sorge. Ich habe gleich eine Lösung, damit wir das zu einer Klärung führen. Was wir krass konkret auf alle Fälle mitnehmen, ist die Situation mit dem Papierkorb vom Einwohnerservice, vom H35. Das nehmen wir auf alle Fälle mit, um da Möglichkeiten einer Verbesserung herbeizuführen. Und zu dem Thema Parkplatz in der Reichsstraße. Da kommt gleich eine nette Dame von der Verwaltung zu Ihnen. Die nimmt mal Ihren Namen auf. Dann sagen Sie ihr genau die Straße, Hausnummer. Und dann kümmern wir uns hinten raus. Da rufen wir Sie an oder schicken Ihnen ein Stückchen Papier, um das zu klären. Weil ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier auseinander dividieren müssen, an welcher Stelle, welcher Parkplatz das jetzt ist. Zum Hortenkaufhaus. Ach, Sie meinen die Parkstreifen. Ja, dann wissen wir jetzt, wo es ist. Beim Gastronomen gleich zu Beginn. Das kriegen wir hin. Das nehmen wir dann genauso mit als Prüfauftrag zum Thema Papierkorb. Zum Thema Hortenkaufhaus. Sie sprachen von einer Genehmigung über 5,8 Millionen. Ich muss noch mal vielleicht kurz Klarheit schaffen. Es gibt derzeit die Möglichkeit, dass die Stadt für das Projekt oder für im Rahmen eines Bundesförderprogrammes nationale Projekte des Städtebaus gegebenenfalls auf ein Fördervolumen in Höhe von 5,8 Millionen zurückgreifen kann. Das wäre zielgerichtet für dieses spezielle Haus möglich. Das heißt, es ist nicht jetzt Geld, was die Stadt nimmt aus ihrer eigenen Kasse, sondern es handelt sich hierbei um mögliche Fördermittel, um das Hortenkaufhaus oder Tietzkaufhaus nach vorne zu bringen. Sie sprachen in dem Kontext. Und insofern, die Entscheidung über Gelder in der Größenordnung obliegt den Damen und Herren hier, das sind die Mitglieder des Stadtrates, die am Ende des Tages dann entscheiden, ja, nein oder in welcher Konstellation. Die Verwaltung bereitet das im Zweifelsfall für den Stadtrat vor. Sie sprachen davon, Grundsteuer zu senken und oder Grunderwerbsteuer zu senken. Grundsätzlich möchte ich darauf hinweisen, die Grunderwerbsteuer, das ist keine Steuer, die in Hoheit der Stadt erhoben wird, sondern das läuft über das Land und nicht über die Stadt Gera. Da haben wir keinen Einfluss darauf. Theoretisch hätten wir bei der Grundsteuer einen Einfluss darauf. Wir haben es dank der Entscheidung des Stadtrates geschafft, für den Haushalt 2020, also für den letzten Haushalt für letztes Jahr, hat auf Vorschlag der Verwaltung der Stadtrat in einem ersten Schritt, in einem ersten Schritt es ermöglicht, dass wir die Gewerbesteuer leicht, ganz, ganz leicht senken konnten. Und wir hatten aufgrund der ungeklärten Lage zum Thema der Grundsteuern bundesweit, weil da gab es gesetzliche Änderungen auf Bundesebene, hatten wir Abstand genommen, das Thema der Grundsteuer zu betrachten. Wir waren und sind in der Prüfung grundsätzlich, Steuersenkungen im Rahmen der Haushaltsaufstellung zu prüfen. Sie sehen es uns nach, als Verwaltung konnten wir derzeit keine Potenziale finden, damit die Stadt, die nicht viel Geld hatte, noch weniger Geld hätte, da Senkungen derzeit vorzusehen. Sie fragten in dem Kontext beim Hortenkaufhaus, es ist nicht richtig, dass der jetzige Eigentümer das Objekt 2014 von der Stadt erworben hat. Das war, ich weiß nicht, ob es in dem Jahr war, wo Sie angesprochen haben, aber der jetzige Eigentümer hat es von einem anderen privaten Eigentümer erworben. Und die Thematik des Garagenkomplexes, die würden wir dann noch mal aufnehmen. Wir kommen jetzt zu Ihnen und nehmen Ihre Kontaktdaten auf, dass wir über das Baudezernat mit Ihnen zu der Fragestellung Kontakt aufnehmen können. Jetzt würde ich, weil da hinten war, noch eine Wortmeldung. Genau, bitteschön. Nein, die Gewerbesteuer wurde, der Gewerbesteuerhebesatz wurde leicht gesenkt. Bei der Grundsteuer hatten wir noch keine Veränderung vorgenommen, weil es zu dem Zeitpunkt der möglichen Entscheidung keine valide gesetzliche Grundlage gab. Aber die Verwaltung prüft jedes Jahr neu mit der Haushaltsaufstellung, ob sich Potenziale für Steuersenkungen ergeben, die sie gegebenenfalls dem Stadtrat vorschlagen kann. Und da kommt gleich jemand und nimmt Ihre Kontaktdaten auf, dass die Thematik zum Garagenkomplex mit Ihnen dann separat besprochen werden kann. Bitteschön. Guten Abend, werter Stadtrat. Mein Name ist Günter Zeidler. Ich wohne in Gera-Ernsee und bin als 18-jähriger Transportpolizist nach Gera gekommen im Jahre 1957. Seitdem bin ich Chorsänger. Ich habe Ihre Mitteilung in der Zeitung gelesen, dass heute diese Fragestunde ist. Und vor der Pandemie sind wir von Pontus zu Pilatus über alle Handwerker gelaufen, um Nachwuchs in unseren Chor zu bekommen. Sie waren bei uns mal ein Anwesen, als wir auf dem Weihnachtsmarkt gesungen haben. Ja, und der Erfolg ist mäßig. Fast nichts. Im Gegenteil, wir haben noch Sänger verloren durch die Corona. Und mein Anliegen ist heute, ich dachte, das musst du mal nutzen. Ich habe keinen Auftrag von keinem Chor. Ich bin als Privatmann hier. Das musst du mal nutzen. Und Sie zu bitten, dass Sie in Ihren Stunden, in Ihren Ratssitzungen, alle, wie Sie hier sitzen, eine Aufmerksamkeit darauf bringen, dass wir in unserer Stadt so viele schöne Chöre haben, aber alle schon ziemlich am Abwickeln sind. Und darunter gehört auch der Männerchor aus des Handwerks. Normalerweise stehen wir auf dieser Bühne zur Meisterfreisprechung, wenn unsere Meister freigesprochen werden von der Handwerkskammer. Aber das können wir nicht mehr garantieren. Und deswegen bitte ich Sie noch mal, ich will das nicht wesentlich, Sie kennen die Situation. Nehmen Sie das bitte mit. Und versuchen Sie, wir waren bei allen Handwerksmeistern, versuchen Sie, Sänger zu bekommen. Und die nächste Frage ist, unser Chorleiter ist mit 50 Jahren vor zwei Jahren gestorben, der Michael Kernert, der das auch wunderbar gemacht hat. Und da hängt es auch bei uns aus. Es muss ein Chor mit vier Stimmen sein, Männer, die hier auf der Bühne stehen und etwas darbieten. Und das ist eine Freude für uns alle. Und ich denke, da müssen wir alle dran arbeiten. Gut, also das war jetzt eher ein Werbeblock, damit wir und die Mitglieder des Stadtrates uns gemeinsam dafür engagieren, dass es Nachwuchs auch im Bereich des Gesanges gibt. Das nehmen wir gerne wahr. Und ich habe auch gesehen, der Leiterabteilung Sport und Ehrenamt ist da. Den schicke ich gleich mal noch zu Ihnen rüber, ob unsere Ehrenamtszentrale bitte flankierend unterstützen kann. Aber danke für den Appell, dass wir dem Gesang wieder mehr Aufmerksamkeit schenken. Dankeschön. Dankeschön, ich bedanke mich. So, dann hatten wir noch eine Wortmeldung, bitte. Liebe Anwesende, mein Name ist Hans-Jürgen Nozenski, ich wohne in Zwilzen. Und ich habe zwei Fragen. Die erste an die Stadt. Im Stadtgebiet gibt es ca. 200 bis 52 Ruinen oder Fragen. Und meine Frage ist an die Stadt, gibt es eine Übersicht über diese Schrottimmobilien, einschließlich der Eigentümer, und wie wird diesem Problem nachgegangen? Ja, wollen Sie die zweite Frage, oder ist sie dann nicht mehr an die Verwaltung, Herr Dr. Nozenski? Ja, die zweite ist dann an die Stadt. Okay, dann machen wir erst mal den Teil 1. Ich fange schon mal an, und Herr Sonntag kann gegebenenfalls ergänzen, ob die Zahlen korrekt sind, die Sie jetzt genannt haben, von 200 bis 250, die vermag ich jetzt persönlich nicht zu bestätigen. Ich weiß, dass im Dezernat für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt, dass wir schon regelmäßige Kontrollen machen und Immobilien uns ansehen, insbesondere dann, wenn gegebenenfalls eine Gefahr für die Öffentlichkeit davon ausgeht. Sie müssen bitte immer bedenken, solange für die Öffentlichkeit keine Gefahr ausgeht, das heißt, wenn eine Immobilie auf einem Grundstück ist, wo wenn mal was runter oder und oder zusammenfällt, ist es relativ schwer für uns, da einzugreifen. Herr Sonntag, können Sie ergänzen? Also die wesentlichen Dinge sind gesagt. Natürlich wird das kontrolliert, aber die Eingriffsmöglichkeiten der Stadt sind begrenzt. Auch wirklich ist die Frage, inwieweit hier eine Gefahr ausgeht oder gegebenenfalls auch möglicherweise öffentliche Abgaben in Rückstellung sind. Daran kann die Stadt natürlich dann handeln und wird auch in Richtung Vollstreckung tätig. Aber das sind dann eher Einzelfälle. Grundsätzlich muss man sagen, wir haben die im Blick. Die Größenordnung kann ich jetzt auch nicht so bestätigen. Aber im Großen und Ganzen ist die Stadt da dran. Nur die Hände sind hier in vielen Fällen gebunden, weil wir ja nicht bei jedem Objekt dann in Ersatzvornahme gehen können. Nur dann wirklich, wenn das im äußersten Notfall gemacht werden müsste. Gut, soweit seitens der Verwaltung. Jetzt freue ich mich, dass es auch eine Frage gibt an die Mitglieder des Stadtrates. Bitteschön. Ich bin aber noch mal mit der Antwort noch nicht einverstanden. Denn meine Frage leitet ganz anders. Gibt es eine Übersicht über sämtliche Schrottimmobilien, einschließlich Eigentümer in der Stadt Gerhaar? Und wie geht man diesem Problem mit oder ohne Unterstützung der Bevölkerung auf den Grund? Das war meine Frage. Herr Notchensky, wir vermögen das jetzt nicht zu sagen, ob es so eine krass konkrete Übersicht gibt. Da uns Ihre Kontaktdaten bekannt sind, werden wir klären, ob es so etwas gibt und werden es Ihnen dann schriftlich beantworten. Okay, danke. Meine zweite Frage ist an die Stadträte von Grün, Links und SPD. Gibt es Ihrerseits konkret an die Grünen Gewand und an die Person des Herrn Eugen Weber nach den zwei Versuchen der Ablösung des Stadtrates des Herrn Reinhard Etzroth Ihrerseits einen neuen Butchversuch in einer absehbarer Zeit? Langsam, langsam, langsam. Also gäbe es dann noch eine weitere, Herr Notchensky? Ansonsten würde ich dann, weil Herr Eugen Weber war angesprochen, wenn er antworten möchte, würde ich ihm dann sonst das Pult geben, wo Sie jetzt gerade stehen, dass er antworten könnte. Oder gab es noch eine? Nein, danke. Dankeschön für Ihre Fragestellung. Und Herr Weber kommt dann vor, sobald Sie das Pult freigemacht haben. Dann kann Herr Weber antworten. Herr Weber war gebeten zu antworten. Junger Mann, ich denke, die Definition des Begriffes Putsch können Sie gerne nachlesen in Wikipedia oder in einem geeigneten Lexikon. Dergleichen hat nicht stattgefunden. Es war ein Abwahlantrag, der wurde gestellt. Er hat keine Mehrheit gefunden. Und das war es dann auch gewesen. Wenn Sie die Begründung haben wollen, dann müssen Sie noch mal online gehen und sich meine Rede anhören, weil ich bin nicht geneigt, all meine Argumente zu wiederholen. Danke für die Beantwortung. Gibt es weitere Fragestellungen? Herr Färber? Ja, Herr Färber, Moment, Frau Hofmann von der SPD-Fraktion möchte noch ergänzend antworten auf die Frage, die gestellt wurde. Also ich weiß nicht, was das für ein Demokratieverständnis ist. Das war ein ganz normaler, demokratischer Prozess, den wir hier gemacht haben. Es war ein Antrag auf Abwahl. Darüber ist demokratisch abgestimmt worden. Es ist leider nicht in unserem Sinne ausgegangen, aber es ist eine demokratische Entscheidung des Stadtrates, die wir zu akzeptieren haben. Und selbstverständlich haben wir jederzeit das Recht, jeden zulässigen Antrag zu stellen. Das ist kein Putschversuch. Das können Sie gerne nachlesen. Wikipedia hat jede Menge Definitionen. Und ich verbitte mir solche Unterstellungen, dass es ein Putschversuch ist. Und Sie brauchen jetzt nicht, sich weiter zu melden. Sie haben keine Frage. Das ist meine Antwort darauf. Und wenn Sie nicht wissen, was demokratische Prozesse sind, dann auch das kann man übrigens bei Wikipedia durchaus nachlesen. Dankeschön. Gut, Herr Färber. Zwei kurze Fragen. Die Stadt Gera ist jetzt die Klimawette eingegangen. Ich hätte gerne gewusst, welches Gebot die Stadt gemacht hat, wer für die Umsetzung verantwortlich ist und ob in diesem Kontext dann auch mal das CO2-Monitoring gemacht wird und mal ein Zwischenstand zur Umsetzung unseres Klimaschutzkonzeptes erfolgt. Danke für die Frage. Ich gehe davon aus, dass wir die kurz, knapp, präzise, weil auch Ihre Kontaktdaten sind bekannt, Ihnen dann schriftlich beantworten werden. Okay. Zweite Frage. Es ist ein Nutzungskonzept, jetzt, ich glaube, im Kulturausschuss vorgelegt worden zu diesem Haus. Dieses Nutzungskonzept ist nirgendwo einsehbar. Es gibt weder im Ratsmanagement, Infomanagement noch sonst wo Informationen dazu. Ich gehöre zu einer Gruppe, die auch ein Gebot für dieses Nutzungskonzept mit abgegeben hatte. Wir waren davon ausgegangen, dass mit allen Nutzern dieses Hauses gesprochen wird. Das ist offensichtlich nicht geschehen. Also ich hätte gerne da mal Einblick und eine öffentliche Diskussion, denn das Wohl und Wehe dieses Hauses hat die Bürger dieser Stadt über mehrere Jahre sehr intensiv bewegt und ich glaube, da ist ein sehr großes öffentliches Interesse da. Da bin ich komplett bei Ihnen, Herr Ferber. Das Konzept, von dem Sie sprechen, das ist im Moment noch im Entwurf und es wird eine große öffentliche Debatte nämlich dann ganz klassisch nach der Sommerpause in den Gremien dazu geben, sodass auch Sie dann im Zweifelsfall über die AG Bürgerhaushalt dort sich mit einbringen können. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann, bevor ich dem Vorsitzenden des Stadtrates das Wort übergebe, dass er die Sitzungsleitung übernimmt, möchte ich, und das muss ich tun, noch mal darauf hinweisen, am 26. September findet mindestens die Bundestagswahl statt, gegebenenfalls auch noch eine Landtagswahl und wir als Stadt, die Stadtverwaltung sucht unverändert Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, um die Wahlen erfolgreich durchzuführen. Wir werden rund 800 Personen benötigen für 81 Urnenwahllokale, 15 Briefwahllokale und ein Briefwahllokal, das drei Wochen vor der Wahl geöffnet ist. Also, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, nutzen Sie Ihre Netzwerke über Ihre Fraktionen, über Ihre Wählergemeinschaften, über Ihre Parteien und machen Sie Werbung. Wir suchen noch Beisitzer, Schriftführer, Wahlvorstand. Wir können derzeit noch viele Wünsche erfüllen, auch was den Einsatzort angeht. Also machen Sie bitte Werbung in Ihren Kreisen dafür, dass wir möglichst viele Wahlhelferinnen und Wahlhelfer noch bis zur Bundestagswahl oder bis zur Wahl zum Wahltag am 26. September gewinnen können. Vielen Dank. Das hilft uns, die sichere und ordnungsgemäße Wahl abzusichern. Und ein letzter Satz noch. Sie alle haben es mitbekommen, am Freitag jetzt diese Woche wäre eine große Veranstaltung in unserer Stadt gewesen, im Hofwiesenpark mit Esther Bejarano. Und Esther Bejarano sagte, in Frieden zu leben, frei zu sein, in der Wahl des Glaubens, wen wir lieben oder was wir sagen, scheint heute mehr eine Selbstverständlichkeit zu sein, als noch vor ein paar Jahrzehnten. Aber dass es Zeiten gab, in denen Angst, das vorherrschende Gefühl vieler Menschen war, das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und Frau Esther Bejarano wollte diese Woche uns besuchen in einer Veranstaltung, um von ihren Erlebnissen zu berichten und dazu aufzurufen, niemals zu vergessen. Und leider ist ihr das nicht mehr vergönnt, denn vor wenigen Tagen am 10. Juli verstarb die Dame im Alter von 96 Jahren. Und mit ihr verlieren wir, glaube ich, eine herausragende Zeitzeugin, die aufgrund ihres jüdischen Glaubens die Schrecken des Dritten Reiches in den Konzentrationslagern von Auschwitz und Ravensbrück selber schmerzlichst erleben musste. Ihre Eltern und Schwestern wurden ermordet, weil sie Juden waren und sie war eine der letzten überlebenden und starke Zeitzeugin des Konzentrationslagers von Auschwitz. Und sie hat es sich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, von ihren schmerzhaften Erfahrungen zu berichten, immer wieder wachzurufen und sich für Solidarität und Menschlichkeit zu engagieren. Und sie war eine außergewöhnliche Frau und ich glaube, sie verdient all unseren Respekt. Vielen Dank, dass Sie mir jetzt noch zugehört haben und ich übergebe jetzt an den Vorsitzenden, dass er die Stadtratssitzung übernimmt. Dankeschön.